Ja, ein ganz klasse Spiel hier und das ist die Endphase, wirklich der Aufschlug. Der hat hier schon Matchball gehabt und dann wollte der Ball, der das letzte Spiel, die einfach nicht drüber rollen soll, dann fahren wir wieder zurück. Der Norden Satz hat also anstatt eines 3 zu 1 ein ganz hoher Mitstand und den 5. Satz, den hat er dann noch aufgeholt, bis 10 zu 9 und dann dieser doch etwas zaghafte Vorhandball. 5. Satz zu 9, sehr sehr schade für ihn, denn er hat ein tolles Händchen mit Wunsch an Leon Sieg, der hier sicher sehr froh sein wird, dass er dieses Spiel noch rumreißen konnte.